Cornelius Strohlehm ist ein Verräter? Ich weiß nicht, wer euch früher gefunden hat, als ich befürchtet hatte. Cornelius Strohlehm's Verrat oder die Ignoranz von Hauptmann Farnbach? Ey, ihr da! Lasst mich gehen! Cornelius Strohlehm kann für mich bergen! Ich grüße euch! Wie könnt ihr das sagen? Cornelius Strohlehm ist mir gegenüber schon seit seiner Zeit als Kleine gewollt. Ratsam, eurer Behauptung nachzugehen. Andi sieht heute so anders aus. Weißt du bist auf der Nähe Seite als Kleine gewollt. Wenn ich gerade vor mir lebe, dann würde ich auf die Seite gehen. Jetzt aber ich mach gleich zusammen. Wir kennen erstmal ein Ding. Das ist ein Ding. Wie könnt ihr eigentlich mit der Nähe Seite nehmen? Wieướt ihr eins? Ah, wir seh das Autohrheb. Ja? Was? Ich bin jetzt schon ein Ding. Ich bin jetzt nicht abgeschneidbar. Ich bin jetzt mal die Eckart. Ich bin jetzt nicht mehr so weit. Und das ist ungegenwt! Wir müssen alle ihn dort machen. Ich bin jetzt aber auch nicht. Das war's für heute. Ihr seid fremd hier, was? Ihr seid das Beste, dass auf Hilfe von unseren Nachbarn aus Schlucht. Sie werden Arschilds nicht die Hände von Weiber fallen lassen. Ich bin die Hände von Weiber. Das darf nicht sein. Ich muss Farnbach sofort eine Nachricht senden. Das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Verzagt nicht. Ihr habt euch gut geschlagen. Was kann ich für euch tun? Das darf nicht sein. 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.